In den heutigen Mittagsstunden brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohnhaus in der Blangenheimer Hauptstraße ein Feuer aus. Das Feuer brach in einem Anbau aus. Durch die schnelle Ausbreitung griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten zwei Hunde gerettet werden. Es entstand erheblicher Sachschad im Wohnhaus. Das Wohnhaus ist zurzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kaffee